Bist du es leid, stundenlang mit einem schwachen Bohrer in harte Betonwände zu hämmern, nur um wenig Erfolg zu haben? Spürst du den Frust, wenn deine Projekte aufgrund von ineffizientem Werkzeug in Stocken geraten? Dann lasse ich dir den Schlüssel zur Leistung und Effektivität geben, den du schon immer gesucht hast. Den Bosch Akku Bohrhammer, das ultimative Werkzeug, das deine Arbeit revolutionieren wird. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Bosch Akku Bohrhammern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Bohrhammer bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Bosch Akku Bohrhammer Oneomax. Bist du auf der Suche nach einem leistungsstarken Bohrhammer, der all deine Anforderungen erfüllt, dann haben wir genau das Richtige für dich, den Unomax Akku Bohrhammer mit seinem 3 in 1 Multifunktionsdesign. Inklusive pneumatischem Hammerwerk eignet sich der Unomax perfekt zum Hämmern, Schrauben und Bohren in Beton, Mauerwerk, Fließen, Holz und Metall. Durch seinen einfachen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden für ein Viertel Zoll Hecks und SDS Quick Drill Bits ist er vielseitig einsetzbar und bietet maximale Flexibilität. Das mitgelieferte Spannbohrfutter ermöglicht zudem die Nutzung aller Zubehöre mit Rundschaftaufnahme. Aber das ist noch nicht alles. Der Unomax Bohrhammer ist mit einem Akku ausgestattet, der für eine lange Laufzeit sorgt und somit auch längere Arbeitszeiten problemlos bewältigt. Du wirst es lieben, wie schnell und effektiv du mit dem Unomax arbeiten kannst. Verabschiede dich von mühsamen und zeitraubenden Arbeitsprozessen und entscheide dich für den Unomax Akku Bohrhammer. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Bosch Akku Bohrhammer auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Bosch Professional 18 Volt System Akku Bohrhammer GBH18V21. Bist du auf der Suche nach einem zuverlässigen und leistungsstarken Akku Bohrhammer für dein nächstes Bau, Renovierungs- oder Heimwerkprojekt, dann haben wir genau das Richtige für dich. Der GBH Akku Bohrhammer von Bosch. Dieses Gerät ist mit seiner Vielseitigkeit und seiner Leistungsstärke ein wahrer Alleskönner. Mit seinen drei verschiedenen Betriebsarten für Bohren, Hammerbohren und Meiseln ist er perfekt geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben. Egal ob du Löcher in Beton, Stein oder Holz bohren möchtest, der GBH ist immer die richtige Wahl. Ein weiterer Vorteil des GBH ist sein ideales Verhältnis von Leistung und Gewicht. Mit nur 2,4 Kilogramm Gewicht und einer Schlagenergie von 2 Joule ist er nicht nur leicht, sondern auch kraftvoll genug, um selbst leichtes Meiseln zu bewältigen. Mit diesem Akku Bohrhammer wird dein nächstes Projekt sicherlich zum Kinderspiel. Und das Beste daran, der bürstenlose Motor sorgt für eine längere Lebensdauer des Geräts und reduziert den Wartungsaufwand. Zusätzlich ist der GBH mit dem Bosch Professional 18V System sowie vielen anderen Werkzeugen aus der Akku-Partnerschaft AMP Share kompatibel. Du musst also nicht extra Akkus oder Ladegeräte kaufen, sondern kannst deine vorhandenen Werkzeuge und Zubehörteile nutzen. Insgesamt ist der GBH Akku Bohrhammer von Bosch ein Muss für jeden Handwerker, der nach einem zuverlässigen und leistungsstarken Gerät sucht. Wenn du auch noch eine längere Akkulaufzeit und weniger Wartungsaufwand haben möchtest, dann ist der GBH die perfekte Wahl für dich. Greife jetzt zu und erlebe die Power und Vielseitigkeit, die du für dein nächstes Projekt brauchst. Alle weiteren Infos zu diesem Bohrhammer kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller, den Bosch Professional 18V System Akku Bohrhammer GBH 18V 24C vorstellen. Kennst du das Gefühl, wenn du bei der Arbeit mit einem Bohrhammer arbeitest und dich plötzlich eine Vibration durchzuckt, die dir fast das Werkzeug aus der Hand reißt? Das kann nicht nur gefährlich sein, sondern auch anstrengend für den Körper. Aber zum Glück gibt es jetzt den Akku Bohrhammer GBH 18V 24C, der mit Kickback Control und Vibrations Control ausgestattet ist und somit einen höheren Verletzungsschutz für dich bietet. Aber das ist noch nicht alles. Das integrierte HMI gibt dir bequem und übersichtlich alle relevanten Werkzeugzustände an und ermöglicht dir einen leichteren Betriebsartwechsel. Und dank des Bluetooth Connectivity Modus kannst du den Bohrhammer ganz einfach mit der Bosch Toolbox App verbinden und individuelle Einstellungen vornehmen. Der GBH ist außerdem mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und die Akkus und Ladegeräte sind vollständig mit dem Bosch Professional 18V System sowie mit vielen anderen Werkzeugen der Marke aus der Akku-Partnerschaft AMP Share kompatibel. Im Lieferumfang sind neben dem Bosch Bohrhammer auch zwei 5Ah Akkus, ein Ladegerät, ein SDS Plus Bohrer, das Bluetooth Connectivity Modul und eine L-Box enthalten. Überzeuge dich selbst von den Vorteilen des GBH 18V 24C und arbeite sicher und effizient. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Bosch Akku Bohrhammer.